Und jetzt, wo er die Chance hat, das alles wieder gut zu machen, den wahren Drachenkrieger auszubilden, da hat er dich am Hals. Einen dicken, fetten Panda, für den das alles nur ein Witz ist. Oh, jetzt reicht's! Warte, meine Schuld. Ich hab versehentlich seinen Gesichtsniff erwischt. Möglicherweise ist dabei sein Herz stehen geblieben.